Holtby-Wechsel noch möglich. Der Manager von Luis Holtby äußerte sich zuversichtlich zu einem möglichen Transfer des ehemaligen Schalkers. Sein Gefühl sei, dass er den Klub verlassen werde, aber das liege im Moment nicht in den eigenen Händen. Als erstes müsse Tottenham zustimmen. Eine Lösung in den kommenden Tagen sei wichtig, so der Berater weiter. Angeblich sind Schalke 04 und Borussia Dortmund an dem 23-Jährigen interessiert. Bayern-Stars wieder im Training Der FC Bayern kann im kommenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wohl wieder seine Superstars Arjen Robben und Franck Ribéry einsetzen. Beide sind wieder im Mannschaftstraining, nachdem sie beim letzten Spiel gegen Stuttgart wegen muskulärer Probleme gefehlt hatten. Auch Bastian Schweinsteiger hat nach seiner Entzündung der Patellasehne das Lauftraining wieder aufgenommen. Wann er wieder mit der Mannschaft trainieren könne, sei laut Pep Guardiola allerdings weiter offen. Lasogga bald wieder fit. Pierre-Michel Lasogga vom Hamburger SV wird voraussichtlich wieder in den nächsten Tagen ins Training einsteigen. Wie die BILD berichtet, verheilt seine Muskelverletzung so gut, dass der 22-Jährige möglicherweise im Spiel gegen Hertha BSC auflaufen könnte. Auch Sportchef Oliver Kreuzer zeigte sich optimistisch. Lasogga könne gegen die Berliner wieder spielen. Beckenbauer wittert Mandzukic-Abschied. Ehrenpräsident Franz Beckenbauer glaubt angesichts des Transfers von Robert Lewandowski zum FC Bayern an einen Abschied von Bayern-Torjäger Mario Mandzukic. Er könne sich vorstellen, dass wenn alles nach Planlaufe Lewandowski spielen werde, weil er besser ins Konzept passe. Das werde Mandzukic nicht gefallen. Beckenbauer kann sich daher vorstellen, dass man sich da gegenseitig die Hand geben werde und sich trenne.